im reich der pflanzen begrüße ich dich ganz herzlich philodendron melanocrysum und dich natürlicher zuschauer ja ich wurde gebeten diese pflanze noch mal zum wachsen zu bringen weil ihre wurzeln irgendwie nicht wollen wie sie sollen sondern gucken wir jetzt mal gemeinsam wie das ganze ausschaut und wie wir dann ja ich sag's mal hier in der praxis bei doktor römisch vorgehen um es der pflanze richtig gut gehen zu lassen und sie auch wachsen zu lassen erster check wie sehen die wurzeln aus ja bisschen wurzel ist da ich würde sagen sieht gar nicht so schlecht aus allerdings mache ich die mal ein bisschen nass besser ist das so geruchstest habe ich schon gemacht mal gucken wie es jetzt riecht ja es riecht pilzig etwas mehr etwas nach waldboden könnte man fast sagen aber irgendwie auch leicht säuerlich sehr merkwürdiger geruch muss ich sagen ich gehe davon aus dass hier im substrat sich ein pilz in irgendeiner art und weise breit macht oder breit gemacht hat kann durch fäulnis entstehen durch zersetzungsprozesse jetzt nicht durch die pflanze oder durch die wurzeln sondern durch das erdmix erdsubstrat in dem sinne selber dort siedeln sich pilze an mit der zeit und wenn man pech hat können die auch kontraproduktiv sein wir kennen ja mycel oder die meisten kennen das zumindest was auch für einige pflanzen gut ist sie gehen auch eine kombination mit der pflanze ein in dem sinne sie versorgen die pflanze die pflanze versorgt den pilz und so weiter aber es ist eine andere geschichte es scheint so zu sein dass das hier tatsächlich so gegeben ist okay also die triebe selber sehen eigentlich gut aus muss ich sagen da gibt es gar nicht viel zu meckern auch das blatt hier wunderschön also richtig herrlich anzusehen so ich habe mich jetzt schon entschieden wie wir vorgehen werden wir werden ein cut machen als allererstes es ist logisch dass ja weil so viel pflanze und so wenig wurzel zu versorgen ist leider nicht wirklich möglich so dann machen wir das auch in einem rutsch hier fangen wir ein bisschen mit dem kleinen dann würde ich sagen so dann pass mal auf wir haben hier den wurzel bereich die werde ich tatsächlich auch zurückschneiden denn wie gesagt ich möchte jetzt nicht zwingend den pilz mitnehmen hier das ganze werden wir einfach neu bewurzeln ich werde das gleich noch ein bisschen clean also noch ein bisschen sauber spülen mit reinem wasser ich hoffe man konnte es jetzt einigermaßen erkennen ja also wir haben hier einen stecki der sogar gut aussieht muss ich sagen also gibt es nichts auszusetzen ich werde ihn jetzt hier oberhalb einmal und unterhalb also dazwischen lol einmal trennen und dann schauen wir uns das schätzchen mal an wie das aussieht und wir lassen jetzt immer so ein zwei nach möglichkeit vielleicht denn wenn denn auch drei blätter dran stehen je nachdem wie groß das ganze stück ist damit die blätter die kraft geben dem stecki um wachsen zu können ob nur im wurzelbereich oder im austrieb nicht wenig wurzel wenn ich lol nicht wenig blatt ist hier ausschlaggebend sondern viel blatt aber auch nicht zu viel das verhältnis sollte schon irgendwo stimmen so das wäre beispielsweise so und auch das blatt was jetzt nicht ganz so hübsch ist das bleibt auch noch mit dran auf jeden fall da kann der stecki auch noch mal reserven rausziehen also nicht zu klein und ordentlich zu groß gerade bei solchen schätzen ist er noch ganz füllen so jetzt haben wir hier den kopf hier ist jetzt so das blatt habe ich ein bisschen gelitten aber nicht so schlimm das würde ich auch so schon belassen also da würde ich jetzt nicht noch ein steckig von schneiden weil wie gesagt blatt muss da sein um den steckig auch versorgen zu können ja ich weiß man kann auch steckiges machen komplett ohne blätter ist auch möglich aber geht erst mal darum die beste möglichkeit für das pflänzchen herauszuholen und das wäre diese ok also haben wir den schon fertig dann nehmen wir das ganze teil hier hier ist er damals wohl zurückgeschnitten worden jetzt haben wir jetzt zwar kein blatt mehr dran passen wir auch die wurzeln die schneide ich definitiv aber so oder so schon mal weg hier weil wie gesagt pilz möchte ich jetzt hier nicht bei haben ja ich weiß du denkst jetzt wahrscheinlich Gottes willen die paar wurzeln jetzt geht gar nichts mehr ja ist so manchmal ist dann tatsächlich weniger auch mehr hier sehen wir ein auge wo das ganze austreiben könnte in dem sinne ich würde fast schon sagen wir verabschieden uns komplett von diesem teil hier das werde ich auch machen das heißt aber nicht dass ich da nichts mit mache ja ist so ne ich muss allerdings erstmal hier im oberen bereich gucken da wurde auch mal zurückgeschnitten ist dann ausgetrieben gut dann haben wir also doch einen recht dicken steck hier muss man gerade überlegen selber was für eine wortzusammenstellung ich sage dir du pass mal auf wir lassen hier ein bisschen bisschen trieb dran stehen wurde auch schon noch mal zurückgeschnitten also schon dreimal tatsächlich insgesamt pass mal auf er könnte hier noch mal austreiben ist aber ja ich sag mal so wie es ist da tut sich die pflanze ein bisschen schwer hier sehen wir ein euklein pass mal auf das drüber schnappen wir den erstmal ab dann haben wir den kopf den gucken wir uns dann gleich noch mal an so jetzt haben wir das riesen teil hier wie gesagt das bringt gar nichts hier das würde ich jetzt tatsächlich auch in die tonne kloppen aber machen wir nicht logischerweise also nehmen wir das bestmögliche jetzt für die pflanze hier mit hier haben wir ein auge hier wird kein auge mehr darunter sein weil er hier schon ausgetrieben ist das ist also schon verschenkt in dem sinne also brauchen auf jeden fall das auge hier ja wird die pflanze das selbstständig machen dort austreiben oder müssen wir sie dazu zwingen nicht dass sie die kraft nach oben schickt hier einen kleinen stummel ja da ist jetzt die frage das ist jetzt die frage da muss ich selber überlegen was die beste möglichkeit für die pflanze ist was mal auf ich würde fast sagen wir lassen das komplett so wie es ist und lass uns überraschen was die pflanze selber daraus macht wir lassen hier noch ein paar auf müsste man ja eigentlich sehen können ich nehme eben die natürlich hier weg da müsste irgendwo auch noch ein auge sein da siehst du ganz vorsichtig ganz vorsichtig ziehen wir das mal runter hier also auch noch ein auge also könnte das ding ohne wachsen also machen wir das hier mit ich einmal durch ganz wichtig die schnittstellen lassen wir antrocknen also die pflanze bleibt jetzt erstmal rum liegen hier so dann ist das soweit okay würde ich sagen dann ist der auch ready und jetzt gucken wir uns noch mal den kopf an hier wie der ausschaut passen wir auf fangen wir am besten mal oben an gucken uns das an würde ich sagen so das ist alles recht weich frisch und jung hier wir brauchen was ausgereiftes auf jeden fall das heißt ich gucke mal eben das wäre ungefähr hier in dem bereich ja würde ich sagen wie gesagt nicht zu kurz man könnte tatsächlich dieses stück und das stück hier also so durchschneiden und so ein wet stick vormachen wenn man so schön sagt also ein stückli aber das ist zu wenig um das bestmögliche rauszuholen darum geht es jetzt hier andere möglichkeiten zeigen wir sich auch noch mal auf aber okay also schneiden wir den hier einmal durch und dann haben wir hier im prinzip dann den bereich den wir hier bewurzeln können und hier kann er wachsen okay so und dann heißt das im klartext das stück können wir tatsächlich so schon belassen schneiden das hier unten noch ein kleines stückchen kürzer sodale das blatt nehmen auch ab hier unten in dem bereich wo dann später die wurzeln wachsen sollen und damit ist der auch ready to go so jetzt sieht das ein bisschen chaotisch hier aus ich weiß aber das ist aber wirklich mal mehr nur grüße um eine ganze hübsche siehst du wohl tja mal gucken was der doktor gleich macht so ich nehme ich stecke es jetzt noch mal ich habe gerade unter leitungswasser einmal sauber gespült das mache ich grundsätzlich bei solchen aktionen und das reicht aber noch nicht denn wir möchten ja keine blattflecken haben kein kalk drauf und so weiter und so fort so deswegen spüren wir kannst jetzt noch mal sauber diesmal mit reinem wasser dann spülen also das leitungswasser noch mal ab und somit haben wir es auf jeden fall schon mal profilaktisch geclean das ganze das ist schon wichtig dass man auch hygienisch arbeitet auch hier tatsächlich mit sauberen händen auch ganz wichtig wenn vorher so ein fleischbällchen gegessen hast oder so alles voll fett und so bitte nicht auf keinen fall so und wie vorhin gesagt der nächste schritt ist jetzt die schnittstellen müssen antrocknen das heißt ich das ganze jetzt auf dem zähler habe ich jetzt nicht hier liegen aber kannst mir glauben wenn ich sie es gleich dann wenn es den weitergeht naja was heißt gleich das wird im moment dauern ja okay wir werden aber nichts anderes zwischendurch machen denn ich gucke jetzt dass ich die ein teil ein teil der filme auch mal so separat für ein in dem sinne medium wollte ich gerade sagen weiß was ich meine meine güte so okay also wir sehen uns gleich wieder wenn es denn weiter geht wir haben noch etwas zeit wir kommen mal kurz zu einem oder zwei oder drei anderen philodendron und zwar damit wir mal so diesen kleinen vergleich sehen können was es so überhaupt an philodendron gibt und zwar der mamey das ist nämlich ein ganz hübscher das ist dieser hier aber die blätter werden auch noch größer demnächst werden warum der hier ein schlitzert habe ich wahrscheinlich mal mit der hose oder mein bein irgendwie drangegangen so das steht hier im ganz kleinen töpfchen ja dürfte eigentlich mal umgetopft werden aber mit dem halt was anderes vor und da gucken wir mal der ist jetzt hier angekommen hat sich also hingelegt wenn man das erkennen kann doch kann man ja guck mal da hat sich einfach hingelegt also da werden wir demnächst ruhe ja der wird schon richtig dick jetzt da kann man schön kopfsteckling von machen das ist auch das was ich immer wieder mal rate wenn du eine richtig schöne pflanze haben willst mach kopfsteckling oder guck dass du ein kopfsteckling bekommst denn das werden von anfang an richtig schöne große pflanzen bei den steckis dauert das ewigkeiten bis die in gang gekommen die müssen erstmal wachsen haben kleine blätter und irgendwann so wie dieser hier beispielsweise dann gehen sie ab wie schmidskatze so direkt daneben steht unsere silversword auch das war damals ein stecki glaube ich soweit ich mich daran erinnern kann bin mir aber nicht mehr ganz sicher gehe ja zumindest von aus und der hat sich jetzt auch schon hier drauf gelegt und sehen kannst und er bekommt mittlerweile größere blätter allerdings jetzt hier langsam angeraten an kopfsteckling von zu machen klar und ja gucken dass wir langsame rangstäbe bekommen denn ohne rangstäbe wäre das nichts weil du siehst die legen sich einfach hin gut in den bewurschteln sehen wir jetzt natürlich nicht ganz so viel dann gucken wir uns in dem zuge den philodendron birkin an auch der macht sich prächtig der hat ja mal ein krass schönes blatt hier bekommen richtig krass schön hat jetzt 12 ja ich sag mal normal weiß grüne blätter hinterher geschoben und richtig klein als wenn er vorher eine blühphase gehabt hätte könnte man denken ja ist so ganz wichtig bei den philodendron sie mögen leicht sauren bereich das ist ganz wichtig zu wissen ganz ganz wichtig per bei sechs ungefähr und dann funzt das schon so jetzt steht da hinten nämlich noch einer die kannst du gar nicht sehen ja der florida ghost sowieso ne hier genau dasselbe pa bei sechs ist immer am besten das ist ja richtig komplett aus dem kopf gehabt ne das ist nämlich auch ein philodendron ja der philodendron florida ghost so da hinten steht er bekommt mittlerweile schon recht große blätter das auch mamee den würde ich gerne da stehen lassen deswegen habe ich mich hingestellt damit er vielleicht an der wand hochkommt wenn ich stelle ich einen stock dabei einzige nachteil bei der pflanze und die hat ja schön der blätter schon ausgebildet ist die tatsache dass man es nicht sehen kann doch da der topf wird langsam etwas zu klein das heißt da muss ich etwas einfallen lassen wie ich das hinbekomme dass ich den ungetopft bekomme aber das machen wir dann auch zusammen auf jeden fall wird vielleicht eine größere aktion aber auch dabei nehme ich euch mit ja und es gibt noch viele andere schöne philodendron so wie diesen hier der sich gerade auch wieder hinlegt der wird jetzt wieder zu schwer also sie müssen angebunden werden das ist schon ganz wichtig ansonsten kippen sie einfach irgendwann und wachsen auf dem boden erstmal weiter was wir erstmal so kurz mitgenommen haben das ist übrigens der bürmer auch eine ganz schöne gibt es auch war regata form von ach hast du nicht gesehen im moment habe ich sowieso das gefühl alles auf dem markt was neu kommt ist variata ich bin mal gespannt ob es irgendwann mal kakaobaum als variata form gibt es scheinbar ist alles möglich ja ne ist so es kommt also nicht mehr auf mutation an sondern auf manipulation ja ist definitiv so so ich glaube das war was ich jetzt erzählen wollte hier zu den philodendron ja wie gesagt ph bei sechs halten leicht drunter leicht drüber kann ein bisschen schwanken überhaupt kein problem und mit der nährstoffen versorgen logischerweise das sind so mittelstark zerre kannst du sagen also nicht zu wenig nicht zu viel das ist halt so das muss man so ein bisschen raus fuchsen aber so schwer ist das gar nicht in der thematik sind wir ja ganz tief drin und von daher ist das gar nicht so schwierig zumindest für uns hier ja okay das mal kurz hier von unseren philodendron aus dem raum mitgenommen okay dann machen wir gleich weiter ja was sagt der dr wir nehmen eine growbox weil das die einfachste variante jetzt für mich ist man könnte gegebenenfalls das ganze auch jetzt im wasser bewurzeln aber hier ist es tatsächlich einfacher für die pflanzen weil sie auch eine hohe luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind also auch die blätter das ist schon dann von vorteil definitiv so füllen hier langsam wasser ein dass wir nicht zu viel reinkriegen verwenden reines wasser auch hier immer bitte darauf achten dass die gefäße sauber sind also gekleent auch hier heiß auswaschen vorher ganz wichtig so ich kippe das mal ein bisschen ja jetzt kommt da unten so eine pfütze an und dann ist das okay jedenfalls kann man später noch mal ein bisschen nachlegen aber nicht zu viel denn sie sollen ja nicht schwimmen so jetzt kommen die melanocrysum die philodendron hier reingelegt ich hoffe ich kriege das jetzt in einem rutsch so hin wenn nicht wenn ich einen übrig habe oder wie auch immer mache ich das mit dem dann gleich anders wir legen also tatsächlich auch nur hier einfach auf die fläche auf wir buddeln die nicht ein oder dergleichen denn sie werden hier nicht lange drin bleiben sondern nur zum anwurzeln und dann werden sie voraussichtlich tatsächlich irgendwo in ein glas wandern mit wasser wo sie dann weiter wurzeln können und dann irgendwann eingepflanzt werden so siehst du hat das doch wunderbar funktioniert das hässliche entlein das kommt natürlich auch mit rein ganz klarer fall ja okay mal gucken ob da noch was draus wird so das war's wir machen das jetzt nicht nass denn wie gesagt wir haben die schnittstellen jetzt antrocknen lassen und das belassen wir jetzt auch so sondern werden den deckel jetzt einfach schließen und somit ist das ganze einer hohen luftfeuchtigkeit ausgesetzt kann in ruhe hier im bett anfangen zu wurzeln somit haben wir die beiden stückchen jetzt zerstückelt und bereiten sie vor ins leben zu treten mit uns gemeinsam wir können philodendron stecklinge übrigens auch im wasser bewurzeln geht auch aber bei denen ist jetzt so die haben wohl schon mehrere prozeduren hinter sich und von daher bin ich hier etwas vorsichtiger guckt dass sie also unter hoher luftfeuchtigkeit stehen und das ist eine einer box tatsächlich am einfachsten insbesondere wenn es mehrere steckis auf einmal hat man jetzt den einzelnen hat gut dann könnte man das auch in glas stecken große tüte drüber oder rein in eine tüte tüte verschließen oben hast auch eine hohe luftfeuchtigkeit geht auch es gibt viele wege um ans ziel zu kommen philodendron florida ghost nach wie vor eine richtig tolle erscheinung muss ich sagen auch hier damals im wasser bewurzelt wohlgemerkt im reinen wasser ganz wichtig leitungswasser ist nicht so gut reines wasser was ist reines wasser osmose wasser verwenden wir du kannst auch destilliertes sprich entmineralisiertes wasser nehmen funktioniert auch zum bewurzeln und wenn sie anfangen zu wurzeln dass du also wirklich siehst dass wurzeln kommen dann kannst du ganz verhalten schluckweise etwas nährstoffe dazu führen aber wirklich minimalistisch anfangs damit die wurzeln nicht plötzlich auf den stopp kommen und sagen hier gibt es ganz viel nährstoffe ich brauche gar nicht mehr wachsen ganz wichtig zu wissen trotz alledem kann man die pflanzen so versorgen das haben wir jetzt in der serie schon gesehen die wir verfolgen gemeinsam bei philodendron florida ghost der jetzt auf reisen geht montag dass man sie wenn sie anfangen zu wurzeln eben mit nährstoffen versorgt mäßig dann eben weiter pflegen kann in dem wasser aber auch ganz wichtig dazu gesagt wenn sie im reinen wasser stehen dann muss auch schluckweise leitungswasser dazu gegeben werden nur im reinen wasser mit nährstoffen das funktioniert nicht dann geht der pervert ganz 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 weit runter das sind so kleine spitzfindigkeiten die wir hier bei uns gemeinsam lernen ok weiß bescheid winke winke bis ganz bald hier aus dem reich der pflanzen und sollen mal gucken dass wir die babys zugange bringen zum anwurzeln um sie dann weiter vorzubereiten wie gesagt anschließend nach dem anwurzeln also man sieht dass die wurzeln kommen kommen sie ins wasser dann aber auch noch mal im reinen wasser weiter bewurzelt bis wir wirklich sehen dass es weiter funktioniert und dann wird das ganze umgestellt nach und nach nicht auf einmal sondern nach und nach über das halt bei dem philodendor ich kann ja eigentlich noch mal zeigen philodendor in florida ghost gemacht haben und guck mal wie schön das neue blatt sich hier entwickelt hat also richtig toll das ist dieses hier ganz toll und das wie gesagt hier im wasser die werte habe ich jetzt nicht mehr gecheckt muss ich auch nicht mehr weil wie gesagt montag geht das schätzchen sowieso auf reisen und wechselt ach kannst du gar nicht sehen lol guck mal da da ist ja der wunderschöne also wirklich hat sich prächtig entwickelt ich kann aber raus sind vorsichtig ganz vorsichtig guck mal wie schön die wurzeln wachsen also ist ganz wichtig mäßig verhalten anfangs bei steckis wenn sie anfangen zu wurzeln zu düngen man kann das auch vernachlässigen aber dann wird das neue blatt was herauswächst erst mal ganz hässlich werden das ist dann ganz normal okay dann lass uns mal überraschen wie es mit dem philodendron melanocrysum hier in der pflege bei uns weitergeht ich werde euch natürlich auf dem laufenden halten in der serie